Und damit herzlich willkommen zu einem Video seit langem wieder, sag ich mal. Eine Runde cooles G, weil soll schnell gehen. Ja, wie ihr im TNP vielleicht schon gesehen habt, steht da ja wahrscheinlich sowas drin wie Du kommst, so kommst du in meine FL oder so. Ich hab noch nichts genaues einfallen lassen. Moment. Eben bisschen die Clip holen. Ja, äh, Grund für dieses Video ist, weil ich euch sagen will, wie ihr in meine ÖL kommt. Weil ich immer wieder gefragt werde, hm, wie komm ich da rein, oder ich will rein, bist du privat? Äh, theoretisch ist du privat, ja. Aber, ich wurde jetzt von Leuten geschrieben, ey, ich nenn mich, äh, Clavidol-OP, komm ich dann in der FL. Oder, was gab's da noch, äh, Clavidol-FNA oder so'n Scheiß gab's da. Wenn ihr irgendwas mit, mit Dude oder Klavier in den Namen habt, oder irgendein Anspruch, keine Ahnung, Gitarre Dude oder irgendwie sonst was. Irgendwas, was lustig ist. Dann nehme ich die FA an, weil ich sowas einfach ex... Oh, oh, äh, okay, das ist mein Tod. Das ist mein sicherer Tod, okay. Weil sowas extrem hardfire. Äh, ja, oder halt im Livestream einfach mal Beschreibung lesen. Weil da steht dann, wenn ich Livestreams mache, steht das da auch drin. Und, super, es gibt keine einzige Runde, die gerade anfängt. Ja, well done. Gut, was kann ich denn noch? Schnell eine Runde. Dann spiele ich halt ein bisschen Ganky. Ja, und, ja, das war's eigentlich schon vom großen Mann, was ich einmal kurz erzählen wurde. Jetzt zu einem anderen Thema. Warum kam so wie eine Wichtlos-AMK? Äh, das liegt auch kurz knapp daran, dass ich, einige von euch wissen, mache ich dieses Jahr Abi. Beziehungsweise ist es ein Plan. Und, da gibt's auch Klausuren und sowas. Ich weiß nicht, ob das einigen von euch was sagt. Vielleicht gibt's ja so ein paar Schulabrecher unter euch oder sowas. Und Klausuren, da muss man für lernen. Und, dementsprechend fällt ein bisschen wenig Zeit. Also, fällt ein bisschen wenig Zeit, ist gut. Fällt ein bisschen sehr viel Zeit weg von dem, was ich normalerweise hier aufnehmen würde. Oder spielen würde. Und, deswegen kommen halt dementsprechend auch weniger Videos. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Verständnis für habt. Wenn nicht, dann bitte deabonnieren, danke. Und, ja, was gibt's ja bloß zu sagen noch, ne? Wenn ihr in die EFL kommen wollt, wie gesagt, einfach irgendwie sowas nennen und am besten auf Twitter anschreiben. Eigentlich mein, wenn ihr irgendwie irgendwas schreiben wollt oder sagen wollt, Kontakt auf Twitter ist am besten. Weil, da kann ich am besten auch eingehen. Gute Kommentare sind ein bisschen verkackt und so. Und, deswegen am besten einfach auf Twitter anschreiben mit Klavierdut. Moment, ich kann sogar noch was einblenden gleich. Äh, wo müssen das? Äh, da. So. 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 Und Klavierdut. Einfach anschreiben. Okay, jetzt guck ich auf den Zweitbildschirm. Ich weiß nicht, was ich spiele. Das ist auch schlau. Mensch, bin ich mit dem Kinderstück scheiße. Ja, einfach, einfach schreiben und dann antworte ich relativ schnell von einem Tag mindestens. Also, erzählen da drauf, dann ist irgendwas komisch. Ja, und wenn LTS kommen wollt, luma-army.net.de. Irgendwie sowas. Einfach mal durchprobieren.com. Alles durchfreien. Irgendwas wird schon richtig sein. Ja. Sonst gibt's auch nicht mehr viel zusammen. Ich sag, überleicht jetzt. Okay, um so ein Genial-Level. Ich ja, Kollege, ne? Das ist scheiße. Okay, er überliebt. Er überliebt. Natürlich überliebt er das. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich kriege mein Video hier. Ja, wollte ich hier gar nicht ansprechen. Und ja. Oh, F5. F5. Oh, das wird ein bisschen kritisch. Ach, komm, schaffe ich. Ein Clear will ich jetzt so machen. Juppi. Ich hab'n Kill gemacht. Easy. Okay, Leute. Also. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen mit dem, dass weniger Videos kommen und so. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Ja. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ob ihr mehr so QSG, Bad Wars, Clan War, Fun-Clan War mit Zapp und Pasty und Clash Games. Oder einfach richtigen CW mit Luma. Oder alles. Ich mach' alles. Alles, was Minikraft oder sonst. Vielleicht auch andere Spiele. Mal einfach reinschreiben. Ich guck mal, was ich davon machen kann. Und ja, erstmal vielen Dank für 1.800 Abonnenten. Ich weiß noch nicht, wo die wohl auf einmal alle herkommen. Naja. Also. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.